Wir sind in Kanada, und zwar im Banff Nationalpark, und wir sind hier an den Beauforts und wollen heute auf den Icefield Park gehen und freuen uns total. Wir sind am Columbia Icefield, und hier ist der Gletscher, der Adabasca Gletscher, also es ist absolut fantastisch, und das ist das beste Highlight, was es auf den Rockies gibt, also sollte man auf jeden Fall tun. Sollte 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 Vielen Dank.